Die Abstimmung ist ausgezählt. Es sind abgegeben worden 31 Stimmen. 31 Stimmen sind nötig. Es gibt keine Enthaltungen. Für den Antrag der CDU-UWG-Fraktion haben sich 17 Stadtverordnete ausgesprochen, dagegen 14. Damit ist im Antrag stattgegeben und die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Bauungsplan 59 Sondergebiet Friedhofstraße werden so der Antrag nicht weiter verfolgt.